so guten morgen zusammen da sind wir auch schon wieder nach genau fünf stunden schlaf fünf und halb stunden habe ich geschlafen wie gesagt gestern für euch alle missionen fertig gemacht beziehungsweise alle aufgaben wir können mal kurz rein gehen hier das machen wir nachher dann ihr seht ihr hier alles 100 prozent dann hier gab es den diesen skin das chick wie gesagt jedes video hochgeladen für euch ihr könnt alles nachmachen so dass ihr quasi auf demselben stand wie ich bin erstmal gruß geht da auch an alle raus dann ihr wisst es ja schon die meisten jedenfalls aber falls du neu auf dem kanal bist es gibt mir wieder skins zu gewinnen nämlich wenn wir die 2500 abonnenten gemacht haben hört sich jetzt viel an aber ich denke mal das müsste eigentlich relativ zügig gehen ihr müsst auch bedenken der kram kostet natürlich auch eine menge geld wenn ich an euch für ein skin verlose nämlich in anführungszeichen im schlechtesten fall 2000 wie bugs gleich 20 euro ihr könnt euch selber ausrechnen wenn ich das jede woche fünf mal mache wird das einen teurer monat so warum mache ich das ganze ich habe ja damals gesagt ich lasse euch auf jeden fall teilhaben an dem was ich bekomme denn creator code habt ihr ein skin bekommen youtube partnerschaft habt ihr ein skin bekommen letzte woche und da habe ich mir da kommen bei 2500 abonnenten ist eine schöne zahl hauen wir da mal wieder was raus wenn du noch kein abonnent bist wie gesagt gern abo raushauen glocke raushauen die glocke ist nicht für mich sondern eher für dich weil du nämlich dann dadurch mit bekommst wenn ich einmal live streamen wenn ich neue aufgaben hochlade den shop neu hochlade oder es irgendwelche besonderen sachen gerade geht sei es von meiner seite aus dass ihr irgendwas gewinnen könnt oder vielleicht ein neues spiel rauskommt etc pp aber wichtig ist noch schickt mir bitte eine freundschaftsanfrage warum wieso weshalb werde ich gleich natürlich auch noch erklären einfach yt unterstrich family hack eintragen zack ihr wisst ja sich selber befreunden geht nicht und warum müsst ihr das ganze machen ganz einfach epic games sagt einfach man muss zu 48 stunden befreundet sein bevor man ein skin verschenken kann bedeutet wir müssen halt 48 stunden befreundet sein falls du im stream ein skin gewinnst das bedeutet halt einfach sonst kann ich den skin an dem heutigen tag dann nicht schicken sondern wie gesagt wenn wir uns erst dann befreunden erst nach zwei tagen und je nachdem was für ein skin im shop ist könnte das bisschen ärgerlich werden so ich würde sagen wir gehen aber jetzt mal rein in den shop ich habe schon gesehen es ist ein netter schlöw Skin da 123 großer schlucks ok ich würde sagen wir gucken mal rein aber der ist wirklich groß oha oha das Mammut das ist natürlich ein heftiger Skin auch oben mit den Schläuchen ja aber man muss abwarten wie der sich im Spiel spielt aber das ist auf jeden Fall ein Koloss also GG an die die sich den holen können dazu das passende Rückenaccessoire sieht natürlich auch nice aus warte mal sieht das dann so aus ja doch es sieht dann wirklich so aus als würde er quasi die Flüssigkeit in den Kopf kriegen eigentlich wäre es noch schön wenn wir dann wirklich hingehen könnten und wir einen konstant Blue Life bekommen weil wir haben den Tank ja auf dem Rücken aber man darf da natürlich auch nicht zu viel erwarten aber es ist halt wieder ein breiterer Skin wegen der Hitbox und so haben wir einige gesagt ja das zählt nicht blablabla aber ganz ehrlich ich kann mir kaum fast vorstellen dass das nicht zählt weil der Skin ist größer dann hat er halt eine größere Angriffsfläche so ist meine Meinung wenn es natürlich nicht so ist ist es natürlich eher von Vorteil würde ich behaupten weil wenn einer versucht dich zu treffen und schießt links quasi die eigentlichen die Rippen aber das die Hitbox ist kleiner dann zählt der Schuss halt nicht also eigentlich hat man ja dann mit großen Skins rein theoretisch sogar einen Vorteil oder wie seht ihr das so dann gucken wir direkt mal weiter noch ein Erntewerkzeug aber ich würde behaupten die Fässer sind leer weil so hört sich ein leeres Fass an aber alles nicht schlecht so dann haben wir noch die Angelmeisterin die sieht doch nicht schlecht aus aber die hat mir die schon okay die kommt mir so unbekannt vor oder die war einmal nur ganz kurz da natürlich auch mit passendem Rückenakcessoire was hat sie auf der Schulter ach ja danke ach die ist komplett unterschiedlich okay gucken wir uns mal gerade die Stile genauer an einmal ja sieht schon fast aus wie eine Taxifahrerin von den Farben her dann da ein Angelhaken da die Tasche auf jeden Fall lässige Schuhe mit Kappe ist auch nicht schlecht dann Deutschgranaten oder Pump Munition wir müssen mal gucken so dann haben wir dasselbe nochmal in dunkel da gefällt mir die Variante schon deutlich besser als die hier oder doch auf jeden Fall die dunkle Variante also ohne wenn und aber die dunkle Variante aber sonst ist da kein großer Unterschied klar die Farbe ist anders Mütze ist anders und die Farben haben sich halt ein bisschen geändert hier ist halt eher lila die kleinen Details wie zum Beispiel oben dieser das ist nicht der Köder der Schwimmer der hat eine andere Farbe weil hier ist alles so ein bisschen auf grün und silber aber hier ist dann alles farbig so was haben wir noch die Spitzhacken ich mag zwar doppelt Spitzhacken aber die würden mir glaube ich nicht gefallen auch vom Ton naja also vom Ton her wenn man das vergleicht der Ton und der Ton da merkt man dann schon den Unterschied von was ist der Unterschied 400 V-Bucks so und dann haben wir wieder einen legendären Skin dabei der Magnus der wurde in Season 5 eingeführt so lange ist das schon her heieiei der kleine Wikinger er guckt auch ganz streng ich weiß nicht man kann sagen er guckt streng oder gelangweilt aber er könnte vielleicht auch in der Körperhaltung liegen an sich so und dazu das passende Rückenaccessoire leider sehen wir das immer nur auf unseren Skins und nicht auf dem Skin aber das war doch mal anders da meine ich habe ich in Erinnerung Mädelschöne Wind achso und falls ihr euch fragt wie ihr den Skin bekommen könnt den hier einfach alle Missionen machen dann die Brücken besprühen und schon habt ihr das ganze geschafft so dann haben wir im Shop den Shopper im Shop haben wir den Shopper so das ist wieder ein Skin ich weiß nicht kennt ihr das Gefühl ich habe schon mal gesagt wenn jemand verkleidet ist und genau so fühlt sich dieser Skin an als würde die in Wirklichkeit nie so rumlaufen wisst ihr wie ich meine wie ein Karneval wenn ihr einen seht ja der läuft nicht immer so rum aber das hier ist definitiv wie eine Verkleidung aber trotzdem kein schlechter Skin finde ich da ein Rückenaccessoire auch da der Bär ist beweglich wenn wir uns bewegen Tasche ist fest ich finde sie mal lustig wie die eigentlich immer nur am Rücken kleben die Rückenaccessoire ja so an sich finde ich den Skin nicht so schlecht aber ich glaube da haben wir deutlich bessere für 1200 V-Bucks wie gesagt das ist ein Tanz der für 2 ist wie mit dem Abklatschen das ist halt ein Tanz davon so dann haben wir den Schneid noch im Shop das ist halt wirklich sieht aus wie so ein Exklusiv Skin der ist auf jeden Fall nice klar wir haben viele Skins die so ähnlich aussehen aber er sieht irgendwie exklusiv aus ich weiß auch nicht warum auch von hinten das Rückenlogo der ist echt nice so dann haben wir noch die Pümpelhacke hört schon auch geil an oh Season 2 wow dann haben wir den Schrittwechsel der ist auch nice so und dann haben wir noch die Schlörftahnung die wurde ja schon geleakt wie so einiges leider aber kurze Frage an euch wollt ihr auch so geleakte Sachen sehen also ich persönlich eigentlich nicht weil ich lasse mich lieber hier im Shop überraschen weil jetzt wäre es so der Überraschungseffekt und jetzt kann ich mir gucken ja sieht ganz gut aus ja kaufe ich mir wenn die Sachen geleakt sind sind sie in meinen Augen schon wieder alt wie gesagt wir gucken gerade mit alle Tarnungen durch bzw. die Modelle ja ist ok aber ist in meinen Augen jetzt nicht so besonders so dann war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Shop nur kleine Info an euch wie gesagt vergesst nicht meinen Creator Code einzutragen yt-familyhack weil ihr wisst ja Support ist kein Mord dann nur kurze Info wegen der Freundschaftsanfrage denkt dran wir müssen befreundet sein falls du den Skin gewinnen willst und dann würde ich sagen mach es das auch schon wieder für heute ich denke mal wir werden es heute noch sehen und in dem Sinne haut rein